Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS19 auf der Hot Online Farm. Den schicken wir mal wieder los. Der fährt erstmal. So, was haben wir hier? Nö. Ah ja, hier hat man Gärrülle rumgeschöpselt. Den werden wir wieder vorbringen und die Gärreste umladern. Und ich lasse das Hund nämlich hier noch. Ich muss mich ein bisschen unabhängiger machen von den gewissen Rohstoffen, die es da auf dem Markt gibt. So, ich muss noch ein bisschen Stall ausmisten. Dazu muss ich auch den Herdingspunz. So. 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 Entschuldigung, ich kenne es nicht. Ich frage wo ich das Rüchchen geschmissen habe. Fragen über Fragen. Ich frage die Podurzesse. Ich frage die unter an den Dich ab. Ich frage die Werte. Und bekomme die Werte. Die Werte und die Werte haben schon eine Schlagsflügel. Auf geht's? Es ist so ein Werteig. Und ich frage dem anderen Schrafen. Und ich frage die Werte und ich frage die Werte. Hau dir hier drinnen. Die 20k. So, tun wir halt mal ein bisschen ausmisten hier wieder. Wo habe ich das Gemisch hingeschmissen? Das ist wieder eine Frage, die ich nicht weiß. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielen Dank! Die Mistler, ja? Ne, ne, ne. Vielleicht kann ich nicht noch sagen, gut, wir wollen noch mal verkaufen. Mal gucken. Was im Verkauf mit dir noch? Ja. Irgendwie kurz wegschubsen. Ja. 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 Das war's. Das war's. Das ist ein Dämonistier. Probieren wir da drüben. Ich weiß nicht, ob sich da schon ein Verkauf lohnt. Ich weiß nicht, ob sich da schon ein Verkauf lohnt. Das ist ein Verkauf. Jetzt kommt hier rein. Sauberkeit 100%, das ist Wasserbrauchungsländer, Gras müssen wir als nächstes machen, Milchstrahmer knappe 10.000 Liter. Das lohnt sich noch nie. Da vorne noch Wasser holen, wenn ich den Mist umgescharfelt habe. Zudelig, zack. Zudelig, zack. Zudelig, zack. Zudelig, zack. Zudelig, zack. Zudelig, zack. Vielen Dank. So, dann fahren wir ein kleiner Wasser holen. Zumindest abkippen. Wasser wird bestimmt nur aus dem Fass sein. So, dann fahren wir ein bisschen weiter. 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 So, dann holen wir mal in der Geladung Wasser. So, dann fahren wir ein bisschen weiter. 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 Oh, delay. Das ist mir doch abends voll geladen. Er stuhlt auf dem Netz zum Verkauf. Jetzt kann man das wieder zübe hier. Er war doch irgendwo da sehe ich hier. Auslösmenü. Bis ich hier Wasser holen kann. So, dann lassen wir den mal laufen. Jetzt wird das nochmal kurz. Verkauf. 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 Noch sehe ich das nirgends mehr. Verkauf. Weiz. Zucker. Verkauf. 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 Okay. Dann ist es halt so. 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 Um LYDM kann ich das eben verkaufen. Das stimmt. Im GM könnte das auch verkaufen. icism. Dann werden wir so rein fahren und nicht mit der Kinder Cup. Global Market regelt. Dann kriegt man es los. Jetzt ist wieder etwas verkauft. Verlege ich nur noch Schuh. Verlege ich unterwegs gerade. Dann werde ich noch einen Schweinestall Zeitnah bauen. Da muss man auch noch ein Feld kaufen. Also die 101. Dadurch kaufen wir die 101. Mit dazu mache ich dort hinten mein Hof. Mit Farmhouse & Co. Mal gucken was die kostet die 101. Gehen wir mal gucken. Jetzt gucken wir jetzt noch. 101 kostet mich. 386. Reicht noch nicht ganz. So aber ich komme jetzt erstmal zum Ende. für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne Däumchen da. Denn ich bin raus. Ciao. Schade Dominik. Schade. 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 bootsyIM. Vielen Dank.